Musik Er steht kurz vor einem schwarzen Turben. Das gefällt mir nicht. Er steht kurz vor einem Schwarzen Turben. Wie komme ich mit Andy bis dahinter durch, dass ich die Missile gleich kaputt schießen kann? Ich meine nicht. Meine Jäger würde ich schon gerne befalten. Er steht kurz vor einem Schwarzen Turben. Eine Gabe wäre bereit. Ich würde allerdings lieber auf eine Spezialgabe sparen, wenn ich ehrlich bin. Eine Gabe wäre bereit. Nein, die haben die Spezialgabe ja eh schon fassend voll. Zu viel wie der jetzt schon kaputt gemacht hat. So, hier ist nochmal ein schönes, schönen Gruß von Kandai. Den Rest darfst behalten. Ach ja, stimmt. Der schwarze Turben. Hätte ich vielleicht mit der Rakete vorher noch warten sollen. Aber die standen dann ganz zu toll. Ich hol mir hier gerade definitiv zu viele Bomber. Wobei ich meinen lieber Bomber als Jäger sehe. So, einmal. Dann bitte leich. Äh, bleibt auf meinem HP. Okay. 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 Let's talks. Wait. Okay. Go. Okay. Alright. Okay. Okay. Mit Biedel kann ich jetzt glaube ich nichts mehr machen. Bei ihm wird sich eine Gabe jetzt natürlich auch total lohnen, weil nach dem schwarzen Toben ist eigentlich nichts besseres als ein Super-Tuning. Allerdings habt ihr glaube ich seine Spezialgabe noch nie in Action gesehen, deswegen will ich euch die auch mal zeigen. Also warte ich noch ein bisschen. Ups, verdammt. Jetzt bin ich auf Warten gekommen anstatt auf Capturen. Tja, muss ich wohl mitleben. Ich bin auf Warten. Ich bin auf Warten. Ich bin auf Warten. Okay. Die belästigt mich gerade nicht wirklich. Der Jäger muss auf jeden Fall noch weg, weil auch wenn er nur einen Hauppier hat, der ist mir zu gefährlich. Beim nächsten schwarzen Turm hat er wahrscheinlich schon wieder mehr, wenn ich ihn umgeben lasse. Da musste ich gerade niesen. In der letzten Runde habe ich einen Bomber gebaut, oder? Ich weiß es gar nicht mehr. Wie viele Bomber und wie viele Jäger habe ich? Ich habe drei Jäger und zwei Bomber. Okay, ich baue noch einen Bomber. Die Infanträne hat es komplett missilgeschützt. Gut, die Missil könnte ich zerstören. Habt ihr irgendwas Luftwärm-Mäßiges denn? Überhaupt nix. Okay. Na, wenn es so ist. Dann war das jetzt eine Missil. Sonst noch was. Nö, das war's. Das war's. Wir haben ja noch einen Medium-Tank. Ich will jetzt mal schauen, was dann überlebt von Andy. Jedenfalls ist jetzt kein Schuss von den schwarzen Geschützen mehr da. War klar, dass er die Raketen wieder fangt. Und macht er noch eine Gabe zum grönen Abschluss. Jopp, macht er. Aber Andy hat jetzt auf jeden Fall, wirklich auf jeden Fall eine Spezialgabe befreit. Und mit Igel kann ich, wenn ich das richtig sehe, in der Runde sogar eine Spezialgabe machen, weil ich kriege genug Einheiten von ihm kaputt. Und das trifft sich gut, dass er gerade mit seiner Gabe gemacht hat, weil dann kann ich jetzt rücksichtslos angreifen, ohne mir Sorgen machen zu müssen, dass der gleich wieder mit einer Gabe daherkommt. Ich mache Andy vor allem mal den Weg ein bisschen frei. Der räumt zwar da gleich selber ein bisschen durch, aber... Ach ja, noch bin ich am Egel. Da war ja was. So, alles bewegt. Und... Jo... Sieht so aus. So... Wer kriegt jetzt mal was tot? Der neue Bomber... Der neue Bomber. Trotzdem kann ich mir schon mal so einiges wegschießen Ich bin schon mal so einiges weggekommen Ich muss jetzt dann eigentlich nur noch einen der Bomber hier hinkriegen und dann die Pipeline zerstören. Dann habe ich das Ganze ja eigentlich schon gewonnen. Und mit dem können wir das jetzt auch gleich mal machen. Und jetzt, das lohnt sich jetzt mal richtig, ein Mega-Tuning. Alle Einheiten kriegen 5 extra Trefferpunkte, sofern sie soweit beschädigt waren. Und aus einer 1-HP-Artillerie wird wieder eine 6-HP. Außerdem kriegen alle plus 1-Movement und plus 20% Feuerkraft. Das kann man ja mal so richtig ausnutzen. Wenn die Einheiten können sie eigentlich ruhig kaputt machen. So lange die von Eagle überleben, passt eigentlich alles. Das hat ein paar neue Titan-Panzer. So lange das auf SportsCenter. Ich mei, ob ich nur diese Ahnung ja mal... Also frustrated. Also, Ganzeinhehe. churches cholere undبد plataforma. Or Хотaz. Ich komme hinunter. Oder intimidated sie Einsatz. Also können sie damit zerstören. So, jetzt ist der Kampfpanzer aus dem Weg hier. Jetzt kann ich eigentlich diese Einheit hier herstellen, hoffen, dass er nächste Runde keine Jäger aus seiner Fabrik rausholt. Und dann, ja, kann ich mit meinem Bomber schön da durchfliegen und kann die Pipeline kaputt machen. Das ist die Runde. Jetzt werde ich sogar noch in Skype angeschrieben Heute haben sie es aber alle Irgendwas sagt mir, dass ich heute nicht aufnehmen sollte Nach der Mission mache ich eh eine Aufnahmepause Auch wenn es danach nur noch zwei Missionen bis zum Ende sind Aber die letzten zwei Missionen sind ja dafür extra Ganz ganz besondere Missionen Sollte 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Okay, jetzt würde ich nur mal ganz schnell was nachschauen Okay, ich muss ganz schnell nochmal sieben Einheiten irgendwo bauen Einmal, zweimal, dreimal, viermal Fünf, sechs Vielleicht nicht irgendwo noch ein Flughafen oder sowas Ah, Moment, hier habe ich ja noch was Sieben Und um ganz sicher zu gehen Acht So 67, das reicht natürlich nicht Aber mal schauen, ob wir auf 99% kommen Ich glaube zwar auch noch nicht, dass das jetzt reicht Aber, ah Ein HP Bomber hätte sehr gereicht Aber der wurde mir ja von dieser blöden Missile hier abgeschossen Die einfach so aus dem Nichts umgetaucht ist Muss ich auch die einzigen Tage erwischen, an denen man aus diesem Teil ein Missile rausspawnt Ich glaube, ich glaube, ich bin ein bisschen Damit er auch mal einen hatte, einen Titan-Tanzer. Ich kriege die Müsl hier wenigstens noch einen rauf. Ich habe das Gefühl, der macht schon fast nichts mehr. Ich hoffe mal, dass es mit dem Power-Score reicht. Bis dies das Ende. Kommandant, wie laufen Ihre Befehle? Ich höre keine. Entscheide es selbst. Äh, und Sie, Kommandant? Haben Sie vor, mit der Fabrik in Flammen aufzugehen? Na, sie war sehr wichtig, aber ich würde mich niemals selbst opfern. Geh nun, nimm die Beine in die Hand. Denn ich tue es nicht für dich. Jawohl. Lebt wohl, Kommandant. Ach, ich hätte nie gedacht, dass mir so etwas nochmal passieren würde. Aber ich überlebe. Das Leben bietet dem Lebenden immer Chance. Die Fabrik wurde besetzt. Und der gegnerische Co.? Verschollen. Er verschwann in dem Moment, als die Fabrik gesichert war. Wirklich. Gute Arbeit, Soldat. Danke, Kommandantin. Es ist endlich vorüber. Hm. Nun kann wieder Frieden, Grünauerfein. Oh ja, das ist fein. Wie? Mehr fällt dir dazu nicht ein? Hm? Was meinst du? Einfach nur fein? Ich hätte also aus mir Begeisterung erwartet. Oh, ich bin begeistert. Ich brauche nur eine Mütze Schlaf. Üah, ich bin erledigt. Ha, ha, ha. Ich gratuliere euch zu eurem Sieg. Wir als Verbündete freuen uns mit euch. Wir hätten es ohne eure Hilfe niemals geschafft. Ich danke euch im Namen von ganz Green Earth. Das zu hören war die Reise hierher wert. Ja, das ist wahr. Nun, Co. Eagle, hier konnte das Schlimmste verhindert werden, aber... Ja, der Krieg ist noch nicht vorüber. Das stimmt. Ihr wisst, wo diese Pipeline endet. Black Hole muss auf dem eigenen Territorium besiegt werden. Sonst ist dieser Krieg nie zu Ende. Mir scheint der Kampf tatsächlich noch etwas härter. Nicht, dass die bisherigen Schlachten ein Kinderspiel gewesen wären. Aber was uns noch bevorsteht, wird schlimmer. Doch wir geben nicht auf. Jawohl, ja. 300 Punkte in meiner Lieblingsmission. Und ja, das ist wirklich meine Lieblingsmission. Einfach, weil sie eine riesige Schlachtarmahl ist. Wobei ich sie, glaube ich, noch nie so schnell geschafft habe. Also, als nächstes geht's ins Heimat-Territorium von Black Hole. Und da ist nur noch Platz für zwei Missionen. Dennoch mache ich hier an dieser Stelle schon wieder mal eine Aufnahmepause. Ich habe ja schon wieder zwei Stunden aufgenommen. Und langsam muss ich echt mal schauen, was die in Skype und Facebook für alles von mir wieder wollen. Also, hat mal wieder Spaß gemacht. Ich verabschiede mich an dieser Stelle von euch. Und ja, bis zum nächsten Mal. Bis dann.